Könnte daran liegen, dass ich mit diesem Ding da aufnehme. Yo, Hannity, ich bin von meinem neuen Video. Vielleicht fällt euch etwas an der Kameraqualität auf. Ich muss euch heute ein Produkt vorstellen. Was ist das für ein Produkt? Vielleicht, ich werde es euch einfach verraten, okay? Vielleicht kommt euch die Kameraqualität, die Soundqualität und so ein bisschen komisch vor. Könnte daran liegen, dass ich mit diesem Ding da aufnehme. Mit diesem Ding. Ja, ich finde es ultra cool und ich möchte euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Und das ist einfach mal in die Hand nehmen. So, da haben wir auch schon dieses kleine Ding, womit ich gerade das Video aufgenommen habe. Hi. Damit kann man auch Fotos machen. Also ihr seht es vielleicht, das ist eine ganz, ganz kleine Kamera. Ultra cooles Ding. Habe ich einfach gefunden auf Amazon. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher, okay? Ja, das ist die kleine Kamera. Ist echt mega nice. Also ihr seht, wie groß sie ist. Sie passt. Also man kann sie sich einen Schlüsselbund machen. Ein richtig cooles kleines Ding. Leider nur 2 Megapixel. Aber ist schon echt cool. Also guckt euch das mal an. Ist quasi eine richtige professionelle Kamera. DLSR. Quasi genau wie meine Canon EOS 700D, mit der ich das gerade auch noch gleichzeitig filme. Hat 2 Megapixel und einen USB-Anschluss. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und einen Slot für eine kleine Speicherkarte. Und oben einen Indikator, ob sie aufnimmt oder nicht. Ja, das rote Licht dürftet ihr sehen. Das ist der Indikator. Und hier oben ist noch ein kleiner Knopf, womit man alles einstellen kann oder sagen kann, mach jetzt ein Foto, mach jetzt ein Video. Ich beende das Video hier mit der Kamera jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt ausgegangen ist. Dann kann ich euch nämlich auch mal zeigen, wie man daraus die Speicherkarte entnimmt. Und zwar ist das eigentlich recht einfach. Man muss nur drauf drücken. Da passen einfach, wie gesagt, so kleine Speicherkarten rein. Da eine 8 GB Speicherkarte war dabei. Falls euch das Produkt interessiert, ich kann euch ja mal den Link in die Videobeschreibung packen. Und wie gesagt, da unten ist noch so ein USB-Anfluss. Darüber könnt ihr das Ding an den PC aufladen oder so weiter und so fort. So, was soll ich euch noch groß zu diesem Produkt erzählen? Ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich es mega cool finde. So eine kleine Kamera ist einfach ein cooles Gimmick oder ein kleines Mini-Gadget. Es hat so Aufkleber, so ein möchte-gerne-Bildschirm und auf der Seite ein Zeichen für HD. Das Ding nimmt nicht wirklich HD auf gerade. Aber man kann es nicht an den Schlüsselbund machen. So ein Schlüsselbund-Ding war glaube ich auch dabei. Ich hole einfach mal kurz die Verpackung. So, geliefert wurde das Ganze in dieser Verpackung. So ein kleines Ding in so einer Verpackung. Also du kannst damit Videos und Fotos machen. Klar, warum auch nicht. Ich lese es euch nochmal vor. MicroSD-Karten kann man reinpacken bis zu 32 GB. Videos in 30 FPS aufnehmen mit der Auflösung. 640x480 Pixel. Man kann mit ihr aufnehmen, während sie auflädt per USB-Kabel. Fotoaufnahme-Resolution ist 720p, also 1280x720 Pixel. In der Verpackung noch mit drin. Aufladekabel natürlich, die Kamera an sich. Und dieses Teil, um es an den Schlüsselbund zu machen. So, dieses Ding war auch noch dabei, um es an den Schlüsselbund zu machen. Kann man einfach ganz easy an der Seite dann befestigen. Falls euch das Produkt interessiert, schaut in die Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.